Ich suche jemanden, der dir verkauft wurde. Ein Halbblut, das aus unserem Land verbannt wurde. Warum hast du mich geholt? Jene, die dich versklavten, haben unser Land an sich gerissen. Selbst Berge von Leichen können uns nicht aufhalten. Wir glauben, dass du der Einzige bist, der uns helfen kann. Ihre Armee ist unendlich groß. Wir sind 47. Wenn wir das tun, gibt es kein Zurück. Der Feind wird uns beobachten. Ich weiß, wer du bist. Du hast keine Vorstellung. Ich habe keine Angst vor dir. Solltest du aber. Dein Leben gehört uns. Dann nimm es mir, wenn du kannst. Komm her. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Ich bin Direktor Hobbs. Hobbs? Wo ist Direktor Hobbs?